Happy New Year, ihr süßen Mäuse! Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich wünsche euch zuallererst ein gesundes neues Jahr und ich hoffe, dass dieses Jahr für euch ganz besonders toll wird. Ich habe mir ja da was im Kopf gesetzt und ich dachte mir, ich nehme einfach die Kamera mit, denn es soll hier ein bisschen was im Haus passieren. Ich habe es lange von mir her geschoben, aber die Zeit ist reif, wir sind zwischen den Feiertagen. Ich habe Zeit, ich habe Lust, naja, aber wir machen das jetzt einfach. Ich nehme euch heute mit in diesem Vlog und zwar werden wir heute das Bad renovieren. Ihr habt es ja gesehen, dass die Decke hier auch mal, naja, sagen wir, Holzfarben war und im Bad ist sie ebenfalls genau im selben schrecklichen Holz und deswegen werden wir das in diesem Vlog verändern. Ich muss jetzt gleich einmal in den Baumarkt und dann starten wir auch schon. Ich freue mich aber, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich werde natürlich noch ein bisschen was anderes mit dazu gucken. Es wird jetzt hier nicht nur einen Maler-Vlog geben, aber ich dachte mir, es könnte vielleicht für die eine oder andere Maus mal ganz spannend sein, zu sehen, wie handwerklich unbekannt ich bin. Ich habe es mir ja lange vorgenommen und irgendwie doch so ein bisschen von mir her geschoben, aber die Zeit ist gekommen, es wird Zeit, es jetzt zu tun. Ich habe ja, es müsste jetzt ungefähr ein Jahr her sein, ich glaube im Januar war es dieses Jahr, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt mittlerweile das letzte Jahr, da habe ich mein Büro gemacht und das war mit die beste Entscheidung überhaupt, weil es einfach so, so viel schöner aussieht. Und jetzt, wo die Dusche fertig ist, wird es Zeit, dass das gemacht wird. Aber das ist halt super, super anstrengend, über Kopf zu streichen. Da reicht ja nicht eine Schicht, da muss zumindest zwei, drei, teilweise an einigen Stellen sogar viermal rüber gehen. Und irgendwie war dafür nie so richtig die Zeit. Und jetzt zwischen den Jahren, ich weiß gar nicht, warum man zwischen den Jahren sagt, zwischen den Feiertagen ist die perfekte Zeit dafür. Deswegen mache ich mich jetzt einmal auf den Weg und dann schauen wir mal, ob wir die Farbe finden. Ich habe ein Foto gemacht von der Farbe, die wir noch haben. Das muss auch die gewesen sein, die ich benutzt habe, als ich das Büro gestrichen habe. Es soll natürlich dieselbe Farbe sein. Es ist halt, ne, für manche, die das nicht so kennen, sieht das immer ein bisschen schwierig aus. Ich gucke halt aus dem Büro ins Bad. Und wenn das eine andere Farbe ist, dann sieht das, glaube ich, komisch aus. Deswegen vorher einmal schnell zu DM. Tüte ist da, Schlüssel ist da. So geht's. Ihr wisst ja, wie die neue Dusche aussieht. Die war ja vorher blau. Mittlerweile haben wir die schwarzen Fliesen mit dran. Aber diese Holzdecke ist halt eigentlich immer noch ziemlich, ziemlich schrecklich. Ich hatte ja letztes Jahr die Fugen neu gemacht und das hat schon wirklich viel gebracht. Aber die Decke ist halt einfach absolut nicht zeitgemäß. Und ihr müsst euch vorstellen, ich drehe ja sehr, sehr viel hier in dem Spiegel. Das sieht immer nicht ganz so schön aus. Und ich glaube, dass es in Weiß ein bisschen besser aussieht. Deswegen werde ich jetzt hier alles mal so ein bisschen aufräumen. Farbe habe ich jetzt schon da. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Ich habe auch aus dem letzten Mal gelernt, als ich das Büro gemacht habe, da habe ich nämlich nicht vorher Spinnbeben entfernt. Ich finde nur noch dieses Wuschelchen, aber nicht mehr den Stab. Deswegen werde ich jetzt hier einmal schnell grob rüber gehen. Also letztes Mal habe ich, glaube ich, einen Tag oder anderthalb Tage gebraucht. Aber da war auch noch eine Schräge drin. Also da war die Fläche ein bisschen größer. Und diesmal weiß ich ja auch, wie es funktioniert, wie ich am effizientesten arbeite. Du musst halt erst diese Fugen hier machen und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Also es dauert und es ist wirklich eine mistige Aufgabe. Man muss es leider so sagen, wie es ist. Aber der Effekt, den das Ganze dann am Ende haben wird, der ist einfach diesen ganzen Stress wert. Und ich habe mir ja vorgenommen, Sachen nicht mehr aufzuschieben, sondern sie gleich zu machen, wenn ich die Kapazität dafür habe. Und es ist jetzt zwischen den Feiertagen. Ich habe jetzt die Zeit. Deswegen mache ich das Ganze einmal. Ob ich es in einer halben Stunde bereuen werde? Vermutlich freuen wir uns in drei, in zwei Tagen definitiv. Okay, das haben wir geschafft. Wir müssen jetzt eine Sache erstmal machen. Wir probieren jetzt erstmal so einen Voranstrich zu machen. Ich glaube, es ist dasselbe Holz wie nebenan. Ich probiere jetzt erstmal nur eine Fuge zu machen. Die lasse ich jetzt mal eine halbe Stunde antrocknen. In der Zeit kann ich dann abkleben und so. Letztes Mal habe ich einfach angefangen. Dann hat das Holz aber nicht so richtig gearbeitet mit der Farbe. Und dann muss ich das nochmal machen und nochmal machen und nochmal machen. Deswegen, ich habe, die Farbe habe ich ja noch gehabt. Ich habe jetzt aber eben ja nochmal welche geholt. Das ist die Renovierfarbe für Möbeltüren und Küchenfronten. Die hat am besten funktioniert, weil das Holz ist so ein bisschen vorbehandelt, aber auch nicht so richtig. Und das ist halt auch schon bestimmt 30 Jahre lang da an der Decke. Und damit ich nicht abschleifen muss oder grundieren muss oder so, hat die am besten funktioniert. Es gab auch eine Farbe für Holzvertefelung. Die sah aber nicht schön aus. Die ist so ein bisschen wie so Kreidefarben und ich will es eher glatt haben. Gadget Nummer 1 ist dieser Pinsel hier. Das ist so ein Ringpinsel, heißt der, glaube ich. Ich habe mir eben, wir haben zwar so viele Pinsel, aber ich kaufe trotzdem immer wieder neue, weil ich zu faul bin, die auszuwaschen. Und dass die dann nicht richtig auswasche und dann funktioniert es nicht. Da sind so viele verschiedene Pinsel mit drin. Deswegen probieren wir es jetzt erst mal hier mit. Gucken wir mal, ob die Farbe noch gut ist hier. Ich glaube, die müssen wir einmal rühren. Ich habe mir auch nochmal flinken, gammeliges weißes T-Shirt angezogen. Das ist nämlich dann nicht ganz so schlimm. Ich mische mal die Farbe. Die muss einmal nur gut gerührt werden. Gut gerührt ist halb gestrichen oder so, hat mir mal jemand gesagt. Ich weiß zwar nicht mehr wer. Vielleicht habe ich es mir auch gerade ausgedacht. Ich finde so, Renovierungsarbeiten im Haus sind eigentlich immer recht meditativ. Aber du musst halt auch die Zeit und die Muße finden dafür. Ich weiß nicht, ob ich... Eigentlich habe ich sie. Die riecht halt ein bisschen. Also mach das Fenster auf. Ich habe hier auch noch so eine Schale, dann kann ich den da reinlegen. Und ich arbeite jetzt erst mal von dem Pinsel. Wir fangen einfach mal an einer Stelle an. Das Problem bei diesen Hölzern ist, dass sie natürlich immer Farbe aufsaugen. Deswegen arbeite ich erst mal in einer recht dünnen Schicht, dass das Holz schon mal so ein bisschen Farbe aufsaugen kann. Und dann schaue ich mir das Ganze nochmal an. Also man sieht halt, es saugt auf und es ist nicht ganz so deckend. Man muss schon ein paar Mal rüber gehen. Und die Farbe bildet ja dann auch wie so eine Schicht. Aber dann sieht das Ganze sehr, sehr gut aus. Und ich habe es ja in dem anderen Raum da hinten auch gemacht. Deswegen ist das kein Problem. Ich habe es ja in dem anderen Raum da hinten auch gemacht. Schaut mal, ihr Mäuse. Es geht wirklich gut voran. Ich bin mittlerweile beim zweiten Anstrich. Ich habe zweimal diese Fugen gemacht. Und zwar bin jetzt gerade bei der zweiten Schicht der groben Fläche. Und da seht ihr diesen Unterschied echt ganz gut. Es ist jetzt schon, wenn ich mich hier hinstelle, so viel heller und so viel freundlicher. Nicht mehr so drückend. Nicht mehr so beklemmend. Es hatte halt immer, man muss dazu sagen, vorher war es hier unten der Sauna-Bereich. Und wir haben die Sauna nicht mehr. Und es passte alles so ein bisschen zur Sauna. Aber wir gehen nicht in die Sauna. Und wir wollen auch nicht das Sauna-Feeling mehr haben. Es funktioniert ganz gut. Die erste Schicht, die saugt halt, oder das Holz saugt viel der ersten Schicht auf. Deswegen gehe ich jetzt nochmal mit der zweiten Schicht drauf. Habe erst die erste Hälfte gemacht. Und kann, während die durchtrocknet, hier schon mal die erste und zweite Schicht machen. Das habe ich letztes Mal halt nicht gemacht. Da habe ich einfach wahllos irgendwie rumgestrichen. Und hatte dann am Ende so ein bisschen Probleme, dass es überall gleichmäßig ist. Deswegen, ich habe gelernt. Und es wird besser. Fix und fertig. Mir tut mein Nacken so weh. Also, so ist die angenehmste Position. Und so mein Rücken. Aber, ich glaube, ihr könnt es sehen. Ich komme sehr, 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 sehr gut voran. Die eine Seite ist auch nahezu schon fertig. Nur an manchen Stellen, da hat die Farbe, so wie ich es erwartet hatte, natürlich nicht ganz so gut gehalten. Bei der zweiten Seite. Ich merke jetzt, dass ich nicht mehr so viel Kraft habe. Und auch nicht mehr so viel Konzentration. Und hier kommt jetzt aber gleich die wichtigste Ecke. Die Dusche, die Armaturen. Es ist nicht so viel Platz. Weswegen ich das jetzt nicht mache. Ich lasse jetzt hier erstmal die eine Schicht trocknen. Mache eine kurze Pause. Mache die zweite Schicht und dann das andere. Ich glaube, ich mache das morgen. Weil ich einfach jetzt, kennt ihr das? Wenn man weiß, man ist nicht mehr so aufnahmefähig. Dann macht man Fehler. Dann wird man unordentlich. Und das will ich halt vermeiden. Aber es sieht natürlich schon wirklich richtig, richtig gut aus. Seid ihr bereit für die große Überraschung? Schaut euch das einmal an. Wie viel. Tausendmal besser. Ich habe die Dusche noch nicht sauber gemacht. Die ist natürlich jetzt ein bisschen schmutzig geworden. Aber es sieht einfach alles so viel heller und freundlicher aus. Und, also, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber das Bad, also, na klar, es drückt halt nicht mehr so. Aber es sieht einfach wunder, wunderschön aus. Und jetzt ist der Blick aus meinem Büro auch gar nicht mehr so schlimm wie vorher. Ach, Freunde, ich habe gestern irgendwann nicht mehr mitgefilmt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Es war so anstrengend mit Tat. Irgendwann so der Hals, weil du die ganze Zeit nach oben guckst und probierst das irgendwie hinzukriegen. Ich muss noch die Dusche sauber machen. Aber das Gesamtergebnis, du, vor allem muss ich mich einmal sauber machen. Das Gesamtergebnis, der spricht für sich. Ich habe das Gefühl, und ich weiß gar nicht, woran es liegt, dass es jetzt hier drin so ein bisschen heilt. Aber es ist wahrscheinlich nur Einbildung. Nein, also, alleine für diese Aufnahme hat sich das gelohnt. Ich filme und ich arbeite ja auch sehr, sehr viel hier unten im Bad. Es ist am Ende des Tages ein Arbeitsraum für mich hier. Ich drehe hier viele Stories, ich drehe viel Content hier. Und mich hat das immer so ein bisschen gestört, dass es da oben nicht ganz so schön war. Was mich jetzt stört, ist dieses Ding. Das hatte ich nämlich gekauft, damit ich so ein bisschen Holz wieder habe. Genauso wie der Spiegel, der hier steht. Die werde ich austauschen gegen Schwarzer. Und wenn ich hier alles sauber gemacht habe, vielleicht fahre ich die Tage nochmal zu Jysk oder zu Ikea. Wobei Ikea hat da glaube ich nichts. Ich denke mal, Jysk wird da was Schönes haben. Und dann ist es echt ganz, ganz großartig geworden. Und ich freue mich, dass ich es umgesetzt habe. Es war anstrengend. Und es ist super, super nervig. Und das ist das, was ich euch noch nicht gesagt hatte. Ich fange etwas an und habe dann irgendwann einfach keine Lust mehr. Aber manche Sachen kannst du halt nicht einfach beenden, sondern die musst du fertig machen. Und ich habe dann gestern irgendwann ja auch selber gemerkt, es reicht jetzt. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Konzentration mehr. Und habe dann auch aufgehört und heute Morgen um 5 weitergemacht. Ich glaube, so gegen 10 war ich dann auch wirklich fertig mit allem. Jetzt bin ich happy. Ich finde das Ergebnis ganz, ganz toll. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Happy New Year. Wir haben uns ja schon mal gesehen. Aber es ist mittlerweile ein paar Tage her, dass ich dieses Video begonnen habe. Wir sind recht spontan über Silvester dann nochmal weggefahren. Wir hatten eine wirklich ganz entspannte Zeit. Wir sind ja nicht so die größten Silvestermäuse. und haben gesagt, komm, entweder wir sitzen den ganzen Tag gelangweilt zu Hause und schauen uns dann ab, weiß ich nicht, 20 Uhr ZDF Fernsehgarten an oder Silvesterparty. Oder wir fahren einfach dahin, wo es uns gut gefällt und haben eine schöne Zeit. Dafür haben wir uns auch entschieden und sind dann hoch an die Ostsee gefahren. Immer wieder schön. Wir haben uns natürlich dann aber auch wieder gefreut auf zu Hause. Wir waren ja dann doch recht viel unterwegs. Mehr als eigentlich geplant. Ich war ja vor den Feiertagen auch noch recht viel unterwegs. Und dann der nächste Tag. Oh, das ging los. Ich dachte eigentlich, dass ich mehr Probleme habe, wieder in diesen Arbeitsrhythmus zu kommen, weil ich ja diesmal nicht nur zwei Tage eine Storypause gemacht habe oder so, sondern wirklich fast zweieinhalb Wochen nur, in Anführungszeichen, kurze Videos gemacht habe oder mal so ein, wo ich mich hingesetzt habe, oben im Wohnzimmer und wir einfach ein bisschen gesprochen haben. Und dann wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag. Dienstag ging es los. Mittwoch, gestern für mich, war meine beste Freundin hier, weil wir nochmal Content gedreht haben. Eine Firma hatte angefragt, ob ich nochmal mit ihr zusammendrehen kann. Und heute, den ganzen Vormittag, mittlerweile ist es auch schon 15 Uhr, habe ich eigentlich nur Bürokratie gemacht. Ich habe ja zwei Firmen und ich mache das ja nicht alles alleine. Also klar, mein Content und so, das mache ich alles alleine. Aber es gibt natürlich ein paar Sachen, die abgegeben werden können und auch müssen. Wir haben heute Änderungen zum Arbeitsvertrag. Wir haben heute Arbeitsverträge 1, Arbeitsvertrag 2, Personalfragebögen. Dann muss, das habe ich heute alles gemacht, dann habe ich Ewigkeiten mit meinem Steuerbüro telefoniert, weil wir natürlich so, wenn man das eine macht, muss das andere gemacht werden. Dann habe ich mit dem Gewerbeamt hier telefoniert, weil einem ein Dokument gefehlt hat, in meinen Unterlagen zumindest. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, über die Feiertage oder zwischen den Feiertagen auch mal meine Dokumente zu sortieren. Das werde ich dann vielleicht irgendwann in den nächsten zwei Wochen mal tun müssen. Einfach, dass alles in der richtigen Reihenfolge ist. Meine Mutter, wirklich, ich habe es nie verstanden, warum sie immer so penetrant ihre Dokumente sortiert hat. Jetzt weiß ich warum. Weil es einfach, wenn man es braucht, wirklich hilfreich ist. Das muss ich jetzt gleich einmal noch mal alles zum Steuerbüro rüberschicken. Die Arbeitsverträge gehen heute auch raus. Und dann warte ich gerade. Mein Computer rendert gerade. Ich habe was Tolles Neues gefunden online. Und KI. Also ich mache ja wirklich viel Content und ich möchte aber so ein bisschen smarter arbeiten. Ich hatte euch schon mal erzählt, dass ich vor Jahren mal mit Kisu gedreht habe. Und dieser eine Satz hat wirklich mein komplettes Arbeitsdenken verändert. Und sie hat gesagt, du musst nicht härter arbeiten, aber du musst smarter arbeiten. Also don't work hard, work smart. Und das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, dass ich das gerade probiere. Jetzt habe ich eine KI gefunden, der ich mein YouTube-Video geben kann. Und die macht daraus kurze Clips mit Untertiteln, mit Zoom-Effekten, mit allem Möglichen. Ich bin gespannt, ob es klappt und wie es am Ende aussieht. Und jetzt ist es nur eine kostenlose Testversion. Aber vielleicht erleichtert mir das den Arbeitsalltag zukünftig ein bisschen. Und dann als kleine Ankündigung schon mal. Ich habe es in den letzten Monaten so ein bisschen schleifen lassen müssen, weil ich einfach die Zeit dafür nicht mehr hatte. Aber erinnert ihr euch noch an mein Deko-Dubes und Deutsche Vita? Mein kleines Newsletter, wie so ein kleines Magazin mit den beliebtesten Produkten des Monats. Mit ein paar Empfehlungen von mir. Mit tollen Ideen, die man vielleicht umsetzen kann für zu Hause. Einfach so wie so ein kleines Lifestyle-Goodie. Komplett kostenlos natürlich. Und das wird jetzt gerade wieder aufgearbeitet. Also wir arbeiten das jetzt auf. Wir wollen das ein bisschen einfacher gestalten. Denn vorher war es halt immer so, dass ich das online gestellt habe und man musste sich das dann runterladen. Ich brauche aber eine Plattform, wo ich das hochladen kann. Dass man per E-Mail verschickt wird, wenn man möchte. Dass man aus einem Newsletter wieder austreten kann. Das musst du gesetzlich natürlich ja auch ermöglichen. Es war ja kein Newsletter. Sondern man musste selbst dann runterladen. Deswegen war das damit okay. Aber ich möchte es einfach ein bisschen effizienter und ein bisschen schöner machen. Ich glaube, man merkt, ich bin motiviert für dieses Jahr. Schauen wir mal, was wird. Ansonsten habe ich noch ein kleines anderes Problem bekommen. Am 30. ging es los. Da hatte ich hier ein Zahnfleisch. Ich zeige euch das jetzt nicht. Da habe ich gedacht, oh, das tut so ein bisschen weh. Kennt ihr so diese Affen, diese Bläschen im Mund? Da habe ich gedacht, das kommt jetzt. Okay, dann weiß ich eigentlich entweder, ich war gerade krank, was gepasst hätte. Oder ich werde krank. Bitte nicht. So. Und das war am 31. richtig unangenehm. Dann ist es wieder ein Stück zurückgegangen. Und mittlerweile ist es so groß geworden. Also das Zahnfleisch um den Zahn. Dass es wirklich beim Sprechen schon unangenehm ist. Beim Essen furchtbar. Zähneputzen furchtbar. Und ich hatte sonst nie Probleme mit meinen Zähnen. Weißer Zähne raus. Zahnspange getragen. Alles gut. Aber ich hatte noch nie Probleme mit meinen Zähnen oder mit meinem Zahnfleisch. Deswegen bin ich da so ein bisschen so. Bitte nicht. Es fühlt sich so an, es hätte mal eine Zahnlücke. Aber es sind doch alle Zähnen da. Ich hoffe, dass es bis Montag weg ist. Wenn nicht, muss ich nächste Woche dringend zum Zahnarzt. Und dann wollte ich euch noch eine Sache zeigen. Ich bin im Moment ja so ein bisschen auf dem Parfum-Trip. Habe ich euch neulich in einem Video schon gesagt. Und eins habt ihr letzte Woche Freitag, glaube ich, schon gesehen. Eins habe ich euch aber noch nicht gezeigt. Ich bin ja so ein Packaging-Opfer, was Parfum angeht. Und ich liebe es, Parfums zu testen von Marken, die ich nicht kenne. Dieses Latafa, Khamra. Unglaublich. Jetzt habe ich aber noch das hier gefirmen. Yitra Dubai. Pistazie. Mask. Pistazio Mask. Eau de Parfum. 100 Milliliter. Ich glaube, es hat 37 Euro gekostet. Schau dir das bitte einmal an. Das ist so eine milchige, grüne Verpackung. Unglaublich schönes Packaging. Und der Duft ist... Richtig krass. Der erste Stoß, der kommt. Da dachte ich so, uh, ist so ein bisschen Guave. Dann verfliegt der und dann wird der krass. Richtig pudrig. Mask. Pistazie. Pistazien duft ist eh so ein bisschen schwierig zu beschreiben. Großartig. Gibt es auch in Mango, Pomegranate und Cotton Candy. Da hatte ich so ein bisschen Angst, dass die mir zu süß sind. Weil die halt auch... Also grün jetzt vielleicht nicht. Die ist jetzt auch nicht unbedingt die schönste Farbe, aber Rosa und Bibiblau und so. Da dachte ich mir, das könnte vielleicht ein bisschen eklig werden. Großartig. Und die Verpackung ist halt auch wirklich wunderschön. Und schaut euch bitte mal die Dicke des Glases an. Das ist hier Glas. Das sind drei Zentimeter. Unten alleine schon. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Der Tom Ford Duft kam heute auch. Hatte ich euch in meinem Broadcast-Sendal bei Instagram schon so ein bisschen drüber erzählt. Also er ist super, super toll. Ein ganz, ganz schöner Duft. Aber es ist nicht das, was ich gedacht habe. Und ich hätte den anders benannt. Das ist für mich nicht vanilliert. Das ist für mich... Kennt ihr diese Kuhbonbons? Das riecht genauso wie Kuhbonbons, wenn es runtergetrocknet ist. So ein bisschen nach Milch, ein bisschen nach Karamell. Am Anfang riechst du sofort Amaretto. Das geht dann weg. Dann kommt die Mandel. Und dann kommt eigentlich nur noch Kuhbonbon. Und sehr, 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 sehr leicht. Das ist so ein Duft, den trägst du, wenn du nichts anderes trägst, glaube ich. Und gut, meine Duftbeschreibungen, äh, ja. Ich habe übrigens aber noch jemanden, der mit mir ein Parfum ausbringen möchte. Ich arbeite dran. Also das ist das Ziel für dieses Jahr. Wahrscheinlich wird es dieses Jahr nichts mehr, aber vielleicht im nächsten Jahr. Aber ich bin dran. Und ich hole mir jetzt auch ganz, ganz viele Inspirationen. Wobei, ich habe natürlich viele Düfte zu Hause, die so 0815 Düfte sind, die man immer kaufen kann. Und, also, Business Talk mit Maximum. Ihr müsst euch überlegen, wenn du ein neues Produkt rausbringst, dann bringst du oft Batches mit. Oder, also, Muster. Wenn ich sage, okay, mir gefällt das hier von der Firma, gebe das zu den Produzenten und sage, mach mir das mit meiner Formulierung. Aber mach da noch ein bisschen mehr Vanille mit rein. Äh, noch ein bisschen Jasmin, Ylang Ylang, was, was auch immer. Und der passt das dann an. Und, klar, habe ich ganz, ganz viele Muster schon hier. Aber ich möchte besondere Düfte haben, wo man sich bestimmte einzelne Noten mit ausholen kann. Und das, äh, macht mir wirklich sehr, sehr viel Freude gerade. Und ich liebe Duftnauen für 34 Euro. Kannst du auch einfach mal so in den Raum sprühen und es riecht einfach toll. Okay. Übrigens, achso, das letzte Mal wurde ich ein bisschen zerrissen. Äh, ich habe doch extra in dem Video gesagt. Dort, wo ich bin und dort, wo die Katzen sind, sind ganz, ganz unterschiedliche Orte. Deswegen ist das kein Problem. Einen guten, wunderschönen, guten Morgen, Süßen. Entschuldigt bitte, wie ich gerade aussehe. Ich, äh, war gerade beim Sport und hab dann flink noch schnell gedreht. Und mach mich jetzt noch mal ein bisschen fresh, weil ich mit euch reden wollte. Ähm, heute ist Montag. Und ich glaube, ich habe euch sogar in diesem Video, ja, so ein bisschen darüber berichtet, dass ich, äh, dieses Jahr vorgenommen oder mir vorgenommen habe, nur noch Sachen zu tun, die mir Freude machen. Und, äh, manche Dinge auch einfach selbst in die Hand zu nehmen. Und nicht immer darauf zu warten, dass mir Dinge zufliegen. Und, äh, ihr wisst ja, dass ich schon seit einer Weile wirklich den großen, ja, man kann ihn wirklich als Traum bezeichnen, ein Parfum auszubringen. Und ich hab ja auch, ich hab ja schon muss, ich bin ja auch, ich bin ja auch gut vorbereitet, ne? So wie damals meine ersten Lidschattenpalette, da war ich schon zwei Jahre vorher darauf vorbereitet und konnte dann ganz schnell was abliefern, weil ich schon Ideen hatte. Und so ist es auch beim Parfum. Aber es ist natürlich für einen Make-up-Influencer da natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, einfach so ranzukommen. Und ich hab mir einfach gedacht, ich nehme einfach Dinge selbst in die Hand und hatte gerade eben, tatsache schon, einen Call. Und, äh, ich kann's gar nicht glauben, es lief so viel besser als erwartet. Und man muss dazu sagen, also, mir fällt es immer so ein bisschen schwer, mich selbst zu pitchen, so heißt das, ne? Also, du gehst auf eine Brand oder auf jemanden zu und sagst, hallo, ich will das von euch. Entschuldigt, ich bitte den Zahnpasserfleck. Ich will das von euch, ich will das machen, sondern oft oder in der Vergangenheit war es bei mir immer so, dass sich eine Brand bei mir gemeldet hat und gesagt hat, hey, Maxim, hast du Lust, das mit uns umzusetzen? Und ich dann entscheiden konnte, ja oder nein. Das hat sich aber jetzt in dem Leben nach, mein wirklich schon fast penetranten Aufrufen, hat sich nie jemand gemeldet, der mit mir ein Parfum rausbringen wollte. Ich weiß, dass einige auch ein paar Firmen sogar angeschrieben haben, aber mir dauert das so lange. Ich bin, ich, ich, ich möchte das umsetzen vielleicht dieses Jahr im Idealfall noch oder vielleicht auch nächstes Jahr, je nachdem, wie schnell sowas geht. Ich hab da nicht so viel Erfahrung wie mit Make-up, da weiß ich, da dauert es mindestens ein Jahr. Und ich hab das jetzt einfach selber in die Hand genommen und wir hatten einen echt super schönen Call. Ich wollte einfach mal wissen, wie das funktioniert. Ich hab ganz viele Dinge gelernt und bin jetzt gerade wieder auf so einem Hoch. Ich wollte das gleich mit euch teilen, weil ich hab ja natürlich schon einige Kollektionen gemacht und einige Produkte rausgebracht und auch alles Produkte, die ich wirklich über alles liebe. Aber da hab ich mittlerweile Erfahrungen drin. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich weiß jetzt, wie man eine Lidschattenpalette macht. Ich weiß jetzt, wie man ein Lipgloss macht und wie so dieser Ablauf ist. Aber das ist ein ganz, ganz neues Projekt für mich auch. Und das gibt mir sehr, sehr viel, ja, Kraft nicht ab. Motivation gibt mir das. Und das wollte ich mit euch einmal teilen. War ein sehr schönes Gespräch. Ich hab keine Ahnung, ob es was wird. Das ist natürlich, man muss ja immer ein bisschen schauen, passt das dann am Ende wirklich zusammen? Und es ist umzusetzen und wir reden da ja nicht über Investen von 100 Euro oder 50 Euro, sondern sehr, sehr viel Geld für die Marke oder auch für mich oder meine Marke. Und das ist natürlich ganz aufregend. Das war ein sehr, sehr spannendes Telefonat. Ich wollte es einfach mal mit euch teilen. Ich dachte mir, das interessiert euch vielleicht, wenn ihr so ein bisschen mehr von meinem Arbeitsalltag mitbekommt. Also oft sitze ich ja wirklich hier und drehe. Ich habe jetzt auch gerade gedreht und werde jetzt auch das Video schnell für Mittwoch schneiden. Das habt ihr so mit Sicherheit schon gesehen. Ich bin mittlerweile an einem Punkt und das soll total, also bitte, 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 verstehe das nicht falsch, das soll nicht abgehoben klingen. Aber ich bin jetzt an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich sage, ich habe schon ganz, ganz viele tolle Dinge umsetzen dürfen und bin da super, super stolz drauf. Und jetzt geht es eher darum, einfach auch so ein bisschen was Neues zu erleben und mich auch so ein bisschen neu zu erfinden. Ich will ja kein Rebranding von Maxim Giacomo. Darum geht es mir nicht, sondern einfach, um neue Horizonte zu erweitern. Und das habe ich jetzt in die Hand genommen und bin da gerade ein bisschen stolz auf mich, dass ich mich das getraut habe. Ich bin ja nicht so. Ich hatte ja immer Glück, dass mir ganz, ganz viele Dinge, was Produkte und so angeht, zugeführten sind, abgesehen von meiner eigenen Marke. Das ist nochmal was anderes. Und jetzt habe ich das selber in die Hand genommen und es war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, was mir wirklich gut gefallen hat. Auch noch was ganz Krasses passiert. Übermorgen geht der Abriss im Haus los. Wir lassen den Windfang abreißen, beziehungsweise innen drin alles abreißen. Und das wird dann neu gemacht. Ihr erinnert euch, es ist ja oben nicht ganz so schön. Es ist sehr, sehr viel Holz noch in diesem Windfang. Und auch ganz komisch hat dann irgendjemand, wir wissen nicht wer es war vorher, hat über die Wand dann eine Holzverkleidung gemacht, aber darunter halt die Lichtschalter gelassen. Und nur ein Lichtschalter gemacht, der ist aber am anderen Ende des Raums. Also wenn du in den Windfang gehst um 17 Uhr, ist es ja draußen im Moment schon dunkel, dann läufst du erstmal blind durch den Windfang, bis du irgendwann den Lichtschalter abreißt. Und das ist natürlich kein Zustand, den wir haben wollen. Deswegen geht das am Mittwoch los, wird abgerissen und dann wird das Ganze vermutlich gefließt. Wir denken da schon so ein bisschen weiter, falls wir irgendwann mal einen Hund haben wollen und der dann nass ist und sich schüttelt und dann nicht halt die ganze Tapete voll mit Schmutz und Schlamm macht. Okay, wollte ich euch einfach nur einmal kurz erzählen, das seht ihr dann wahrscheinlich auch noch in diesem Vlog. Uiuiui, ihr süßen Mäuse, ich bin ein bisschen außer Atem. Entschuldigt bitte, ich habe gerade den Windfang-Abriss bereit gemacht, alles was da drin rumstand und es war wirklich, wirklich viel Kram. Aussortiert, umsortiert, Jacken, Sommerjacken in den Kleiderschrank gebracht und war auch nochmal schnell bei Action. Ich habe endlich ein paar Sachen gefunden, die ich endlich zeigen kann. Dann seht ihr was, das habt ihr schon gesehen. Ich habe gute Nachrichten. Ich habe euch doch gerade eben erzählt, dass ich, entschuldigt bitte diesen Flagg, ich bin ein bisschen aufgeregt, dass ich ja gerade diesen Call hatte und in dem Telefonat hatte die Dame mich gebeten, ein paar Informationen zusammen zu packen. Sie kannte mich natürlich nicht, sie kommt nicht aus Deutschland, die Firma, sondern aus Frankreich. Und hat mich gebeten, einmal so ein paar Sachen über mich rauszusuchen, was ich schon gemacht habe, welche Produkte ich schon rausgebracht habe und habe ihr das dann alles zusammengefasst. Und dann schrieb sie mir eine halbe Stunde später, dass sie sich total freut, dass ich mich gemeldet habe. Und wir haben am Donnerstag einen weiteren Call, einen Videocall auf Freunde. Ich will dir hier noch gar nichts groß, aber ich war noch nie so nah dran an diesem Trauma-Film und das ist eine gute Nachricht. So, hier die kleinen Stromarkater sind ganz glücklich. Ich habe hier nämlich mit so einem Meisenknödel draußen hingehangen. Und dann kann Luki Vögel beobachten. Freunde, merkt man, dass ich so aufgeregt bin? Ich weiß gar nicht, warum ich so aufgeregt bin, aber ich glaube, weil ich mich darüber so sehr freue. Ich zeige euch mal kurz den Windfang, wie schrecklich der nämlich im Moment aussieht. Die Türen sind ja mittlerweile weiß und da seht ihr auch schon das Problem. Die Decke ist abgehangen weiß, aber auch mit Holz. Also schön ist es jetzt nicht. Was das Problem ist, ihr seht es vielleicht, hier ist die Tür, da kommt man ins Haus rein. Und hier ist der Lichtschalter. Das heißt, du läufst den Weg hier lang, um das Licht an und aus zu machen. Und dann hast du auch nur so ein komisches Licht von der Seite. Ich hätte gerne einen Deckenstrahler hier. Und dass das hier wegkommt, das kann man halt auch nicht bemalen. Das ist ja nicht mal richtiges Holz, sondern das ist so Pressholz. Und dann mit so einer Folie an der Stelle sieht man schon, das geht halt alles schon ab. Ist auch nicht mehr so die beste Qualität. Und es ist natürlich auch, abgesehen davon, dass es nicht die beste Qualität ist, einfach potten, pottenhässlich. Hier ist dann das kleine Gästebad. Und die Türen sind ja jetzt schon weiß und das macht wirklich schon so einen großen Unterschied, als die Türen weiß gemacht wurden. Aber ja, also, ich glaube, man kann es sich ganz gut vorstellen, wie es hier aussehen könnte, beziehungsweise ja schon ganz bald aussieht. Wir haben Hoffnung, dass hier hinter, ich glaube, da könnt ihr jetzt nicht dahinter schauen, oder? Dass es hier hinter einfach nur verputzt ist, dass wir einfach nur fließen können und wir keine Überraschungen hier erleben. Und ja, und so der Schrank, der kommt natürlich auch weg. Ihr bekommt mal ein kleines Update, wie es hier mittlerweile aussieht. Ein Teil der Holzvertefelung ist bereits weg. Ja, und da kamen dann diese wunderschöne Tapete zum Vorschein. Die kommen natürlich auch weg und wir werden wahrscheinlich sogar noch den Fußboden erneuern, weil der Abstand zwischen den Bodenfliesen und der Holzvertefelung und dann am Ende zur Wand einfach zu groß ist. Wir haben ja noch viele von den Fliesen aus dem Bad. Das würde mit Sicherheit sehr, 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 sehr schön aussehen. Und auch hier oben müssen wir mal schauen. Das wurde einfach versteckt und dann nochmal versteckt und dann einfach nochmal versteckt. Aber wir kriegen das alles hin. Okay, ihr hört die Bauarbeit wahrscheinlich selbst im Hintergrund. Es gab ein kleines Problem, dass die Steckdosen nicht so waren, wie sie sein sollten. Und ich traue mich gar nicht, nach oben zu gehen. Wir haben die Decke abgemacht und dahinter kam dann das zum Vorschein. Ein Dachstuhl, der aber nicht richtig isoliert wurde damals, 1984. Und meine Güte, das sieht halt auch einfach wirklich schrecklich aus. Das muss jetzt natürlich alles erstmal dicht gemacht werden. Wenn es eh schon offen ist und zugänglich, es wird dann neu isoliert. Da ist der Bereich über dem kleinen Bad. Und erst dann kommt die Decke rein und der Boden wird auch gerade abgerissen. Also Freunde, es ist genau das eingetreten, was wir dachten. Unter dem Boden kam ein weiterer Boden und ein weiterer Boden zum Vorschein, der jetzt gerade rausgestemmt wird. Das heißt, wir können nicht einfach rauffließen, sondern müssen erst Beton gießen, dass die Hohlräume aufgefüllt werden. Dann kommt die nächste Schicht, dann kommt die Isolierungsschicht, dann kommt noch mal eine Schicht Westen, dann kommen die Fliesen. Also wir haben jetzt keine Decke mehr, keine Wände mehr und auch keinen Boden mehr. Morgen! Tag! Keine Ahnung, heute ist, glaube ich, heute ist Freitag. Mein Kleine ist auf dem Boden, mir ist kalt. Ich wollte eigentlich nicht schon wieder hier im Bademantel sitzen. Aber ich habe sogar schon eine Hose an. Aber mir ist das ehrlich gesagt zu kalt. Verzeiht mir. Ich würde sehen den Bademantel wieder an. Ja, wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Ihr habt es gestern gesehen? Habt ihr es gesehen? Den Boden? Achso, ja. Naja, es ist ja noch ein bisschen was passiert. Und die Stimmung war gestern wirklich im Keller. Weil wir eigentlich, also um es noch mal zusammenzufassen. Wir wollten eine neue Wand. Also neue Wände. Die waren ja mit Holz verkleidet. Und wir wollten die nur weg haben und die gefließt, oben gespachtelt und vielleicht, vielleicht eine Lampe in die Decke und nicht an der Wand. Naja, das Problem ist, oder das Geschenk, je nachdem wie man es sehen möchte, ist, wenn man ein Haus kauft, was nicht neu gebaut wurde, was Stein auf Stein und nicht diese fertigen Häuser, die modularen Häuser sind, dass man manchmal nicht genau weiß, was ist dahinter. Ja, weil das Haus natürlich, und das ist zehn Jahre älter als ich, nicht so alt, aber es war eine ganz andere Zeit. Ostdeutschland, andere Bauarten und alles auch immer so ein bisschen anders, als man es vielleicht heute machen würde. Und das ist auch völlig in Ordnung und das ist auch was ganz Normales. Aber wenn du halt nicht weißt, was hinter etwas anderem steckt, dann muss man damit rechnen, dass manche Sachen nicht ganz so aufgehen, wie man sie vielleicht vorher antizipiert hat. Wir wollten eine neue Wand. Was kam dahinter vor? Eine Tapete, die musste ab, gar kein Problem. Das Problem, was daraus aber entstand, ist, dass der Boden zu der neuen Wand, also zu dieser Holzwand, einen viel zu großen Spalt hatte, um den einfach so zu lassen. Du kannst den dann halt auffüllen, sieht aber einfach dumm aus. Und wir wollen ja dieses Haus nicht, Hauptsache ist es irgendwie okay, sondern wir haben das Haus gekauft, weil wir hier drin leben wollen. Und wenn wir es irgendwann mal verkaufen wollen würden, wollen wir nicht irgendwie so alles zusammengeschustert haben. Das ist für die nächste Familie, wenn wir hier irgendwann mal ausziehen sollten, die sich denken, was haben die denn hier gemacht? Sondern es soll vernünftig gemacht werden. Also müssen wir den Boden rausreißen. Und wenn wir schon die Seitenteile, die Paneele weggemacht haben, dann können wir auch gleich die Decke wegmachen, weil die war ja auch mit Holz verkleidet. Dahinter kam aber nochmal und nochmal und nochmal vier verschiedene übereinander gebastelte Sachen, die da zum Vorschein gekommen sind. Und dann waren wir auf einmal im Dachstuhl. Und in diesem Dachstuhl von dem Vordach des Hauses, das ist nicht der Dachstuhl vom Haupthaus oder vom Haus, das ist ja der Windfang, war halt einfach nichts isoliert. Das ist überall durchgezogen, deswegen war es da auch immer recht kalt in dem Raum. Die Heizkörper da drin sind halt auch klein. Und wenn man da schon dran ist, dann macht es energetisch gesehen und auch von einigen Kosten her langfristig gar keinen Sinn, zu sagen, ach egal, wir machen es einfach wieder zu und wir lassen es so, wie es ist. Weil da können ja Folgeprobleme entstehen. Irgendwann kann Feuchtigkeit durchziehen, dann schimmelt das alles und es muss alles einfach nicht sein. Und wenn wir die Möglichkeit haben, das richtig zu machen, dann machen wir es richtig. Was heißt das aber? Mehr Arbeit und mehr Projekt als eigentlich geplant. Wir wollten ja eigentlich noch eine neue Wand. So, aufgrund der Tatsache, dass auf den obersten Fliesen da drunter nochmal fließen und da drunter einfach, dass nicht richtig, damals nicht richtig gegossen wurde, kein Beton gegossen wurde, sondern nur mit Mörtel fixiert, kannst du da nicht auch einfach rauffließen. Das heißt, wir brauchen eine neue Bodenplatte bzw. eine neue Betonschicht, dass wir darauf dann diese Isolierung und darauf dann die Fliesen machen können. Das können wir aber erst machen, wenn wir wieder ein Dach, eine Decke haben, weil es einfach, da in dem Raum sind gerade sieben Grad. Wir haben keine, der Heizkörper ist abgebaut worden, weil dahinter ja gefließt werden soll. Es ist bitterkalter drin und da trocknet dann auch kein Beton oder halt in vier Wochen, aber wir können nicht vier Wochen so da leben. Doofe Jahreszeit, aber wir wussten natürlich nicht, was dahinter hervorkommt. So, heißt also, wenn alles gut geht, kriegen wir heute eine neue Decke, die isoliert ist, sodass das Ganze dann einfach ein bisschen wärmer wird wieder. Es reicht ja schon, wenn es 15 Grad sind und nicht 5. Dann kann morgen vermutlich der Beton gegossen werden, dass der über das Wochenende dann durchtrocknen kann und am Montag kann dann weiter gemacht werden. Viel, viel mehr Arbeit als eigentlich gedacht, aber das gehört dazu. Ich finde es auch nicht so schlimm, weil ich damit so ein bisschen gerechnet habe oder halt immer damit rechnen, dass wenn man etwas anfängt, irgendwas anderes dabei rumkommt. Aber ich habe ganz, ganz viele Nachrichten auch schon von euch bekommen, dass ihr das total schön findet, dass wir halt nicht hier eingezogen sind und alles rausgerissen haben. So Influencer-like und so, Geld spielt keine Rolle und wir gucken einfach und wir bauen uns eigentlich ein neues Haus und es kostet Geld, es kostet alles so viel Geld. Du musst ja auch irgendwie bezahlen können und das ist ja eine Zusatz. Das sind ja Zusatzkosten zu dem, was man halt sonst im Alltag hat. Deswegen drückt uns die Daumen, dass das Ganze heute wirklich gut funktioniert. Es ist natürlich dann in der Zeit auch immer super, super schwierig zu arbeiten, weil man einfach alle 5 Minuten möchte, ein Handwerker irgendwas. Du musst es natürlich irgendwie so ein bisschen beaufsichtigen und da müssen wir mal einen Blick drauf haben. Deswegen hoffentlich, dass es alles gut geht. Ich nehme euch noch ein Stückchen mit. Ich habe das Video aber auch schon soweit geschnitten. Ich hoffe, dass die Stimmung heute besser ist. Es war wirklich hart gestern. Du bist dann halt auch in der Situation überfordert und das ist halt, es ist ja nicht so, dass wir das als Fokus haben, sondern wir leben ja hier. Wir müssen hier ja auch arbeiten und dann auch diese Bauarbeiten und dann auch noch alles, was parallel dabei läuft. Das ist schon echt viel, aber es ist okay. Es wird wunder, wunderschön aussehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Herr Mäuser, es ist mittlerweile das Wochenende an der Tür angekommen. Es hat an der Tür geklopft. Heute ist Samstag. Ich habe gerade das Video geschnitten und es passiert jetzt die nächsten Tage nichts mehr. Aber ich werde gleich weiter vloggen, damit ihr spätestens nächsten Sonntag, vermutlich sogar schon Sonntag, ja, den nächsten Vlog bekommt mit allen Updates. Wenn wir Glück haben, ist am Ende der Woche der Windfang fertig und ich kann euch noch ein paar weitere ganz spannende Geschichten erzählen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war ein sehr, sehr langer Vlog wieder, fast zwei Wochen. Aber ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke und schaut, ob ihr die Glocke wirklich aktiviert habt. Ich habe nämlich das Gefühl, also ich sehe ja, wie viele Prozent den Kanal abonnieren und wie viele das mit Glocke tun. Und wenn du abonnierst, dann sind nicht alle Benachrichtigungen angeschaltet, sondern nur die, wo YouTube der Meinung ist, ach, die könnte dich interessieren. Deswegen schaut da gerne einmal nach und ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal.